hey ihr lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen video wir machen heute noch einmal das wilde jumpy und wie ihr seht habe jetzt hier etwas anderes noch an nicht nur ja ich zeige euch einfach mal die werte also mein pferd north sind hat stärke 28 displezin 22 geschwindigkeit 28 ausdauer 17 und agilität 24 ich habe reiten 43 pflege 22 befehl 38 und springen 24 das kaltische expeditionszaumzeug das kriegt man bei den kaltern und auch den kaltischer sportzettel kriegt man da dann habe ich die blaue cowboy pferdedecke die gibt es in damen im shopping center und die handgefertigten weisen die gab es mal bei einer quest nachdem man nachher nach golden hills kam ich habe ein halt das beste freundes set 1 an dass man als man gewerbt wurde gekriegt hat es gibt sehr viele das ist halt es hat die ausrüstungen drauf die das beste geben dass man kriegen kann deshalb habe ich jetzt das angezogen auch wenn es ein bisschen blöd aussieht aber egal wir sehen uns wieder wenn die gruppen eingeteilt werden fertig ich bin wieder einmal wettbewerbsgruppe 1 ich mache jetzt das interface weg ich hoffe man sieht noch wenn es startet wenn das weg ist ja habe ich ja auch schon mal gemacht in 17 sekunden startet es hui bin ich aufgeregt ich bin total schlecht halten jumpies und wenn die lisa nicht da ist dann der rucksack sollte ich eigentlich noch zu machen hier der könnte jetzt stören so zu mit dem ich weiß nicht kann man hier durch die büsche durch sind ja zum glück sonst wäre ich da hängen geblieben beiden büschen das wäre ja nicht so toll gewesen momentan sieht es noch gut aus ich werde dann wahrscheinlich aber auch wieder fehlen denn ich fehle ja sehr sehr viel wenn ihr mich kennt dann wisst ihr wie das so ist mit dem fehlen bei mir zum beispiel das war jetzt ein ganz ganz kleiner fehler was man fehlt die die jahre leih java yellow tree ist jetzt noch vor mir ich will die einholen ich will die überholen was ich nicht hinkriegen werde ja ich werde nie im lebenszeit oder so ich werde jetzt dann gleich wieder abkacken glaubts mir Ich reite jetzt mal einfach der hier hinterher. Ich glaube, die weiß, wo es durchgeht. Die weiß sehr gut, wo es durchgeht. No! Bitte renn weiter, sonst komme ich nicht mehr mit. Ich habe das Jumpy gestern zum ersten Mal geritten. Schlau, Laili. Schlau. Und im Moment habe ich gerade keine Ahnung mehr, wo das durchgeht. Denn ja, ich sehe gerade aber die neue Ausrüstung, die ich mir gestern zugelegt habe, hat es gebracht. Es hat es gebracht. Ich bin so weit vorne gerade, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, sogar ins Ziel zu kommen. Und da kommt der Fail oder auch nicht. Ach, ein Pferd. Da vorne kommt das Ziel. Bitte. Ich will eine Schlaufe haben. Ich liebe Schlaufen. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch schon mal an die Leier. Ja. Huuu. Wir sehen uns wieder, wenn das Gruppenzeug fertig ist. So. Auf dem 15. Platz auf dem 8. Auf dem 8. Nicole Orange Nose. Auf dem 7. Elsa Hedking. Auf dem 6. Ellie Rangrove. Auf dem 5. Stacey Diamond Wall... Damon Morker. Auf dem 4. Dina Darkgren. Auf dem 3. Rosalie Lightchild. Auf dem 2. bin ich. Und auf dem 1. ist Laia Yellowtree. herzlichen Glückwunsch an euch allen. So, ich werde jetzt gleich auch noch die Schleife anziehen. So sieht die aus. Hey, du! Ich mache sie kurz. Nein, nicht inspizieren. So, jetzt ist sie eh weg. Ich habe jetzt gerade keinen Plan, was da drauf ist. Auf jeden Fall ist die so silbern mit grün. Seht ihr ja? Ich finde sie hübsch. Ich finde sie hübsch. Ich werde die Schleifen dann immer auf diesen Pferden beziehungsweise immer auf Northwind oder Silver Rain drauf. behalten, weil sie sie ja gewonnen haben. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich habe gerade wirklich gemerkt, dass es viel angenehmer ist, so zu reiten. Also mit dieser Ausrüstung als mit der anderen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!